Ich lade gar mir Wäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Zwar, weil ich mich stets dabei, was man hat rein durchbricht. Und das, was mir auswirkst, bleibt, das ich beim Gästen nicht. Und sieh ich es an mir, dich jemand hier bei mir. So pack ich ihn ganz okay, rief ihn ab zur Tür. So pack ich ihn ganz okay, rief ihn ab zur Tür. Und frage sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flaschen, Flaschen mehr, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grau mich sehr. Und schenke Glas und las ich ein, wenn dich nicht widersprung. Mit Leiber kam, ich will sie schrein, ich will nicht hart genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich zieht wie ein Traum. Dem werf ich ganz okay, die Flasche an den Kopf. Dem werf ich ganz okay, die Flasche an den Kopf. Und frage sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Sieh's mal bei uns und der Schöpfung gut. Sieh's mal bei uns und der Schöpfung gut. Sieh's mal bei uns und der Schöpfung gut. Vielen Dank.